Der Diesel kostet hier 3,75 Dollar die Gallone. Ich dachte ich spinne. Das ist der Wahnsinn. 3,75 Dollar. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ein wunderschönen guten Morgen. Mal wieder. So, ich habe jetzt abgeladen. Es ist 7.22 Uhr. Perfekt. So, ich habe jetzt abgeladen. Es ist 7.22 Uhr. Perfekt. Und mache mich jetzt auf den Weg nach Jacksonville und dann nach New York. Nicht New York City, sondern New York State nach Buffalo. Buffalo ist oben an der kanadischen Grenze bei den Niagara-Fällen. Also, nur mal so zur Info. Bin dann mal weg. Hier fahren wir mal ein bisschen durch Ghetto durch. Ist jetzt nicht so eine schöne Gegend hier, wo man sich unbedingt aufhalten muss. Also, so schnell wie möglich weg hier. In 1000 feet, turn left on. West 20th Street Expressway. Also, hier ist die Ghetto. Wow, diese Löcher hier. und nicht nur eine Eure Mandel. Hier ist kurz, genau Vers 30, hoch Cardinal und lieberะ. Und wie genau caer in den Augenhäumen? In 1.5 miles, 3D-J-U-M-L-M-L-E-A-M-L-E-A-M-L-M-E. In 1.5 miles, 4D-J-U-M-L-E-A-M-L-E. In 1.5 miles, 5D-J-U-M-L-E-A-M-L-E-A-M-L-E-A-M-L-E-A-M-L-T-C-L-E-A-M-L-E-A-M. Bis zum nächsten Mal. 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 Keine Ahnung. Und... Naja... Jetzt muss ich mal gucken, weil... Jetzt habe ich da... Erstmal so einen Clip dann und... Okay, weiß ich nicht, was ich da mache. Keine Ahnung. Ich habe ja noch einen Sticker da. So ein Gubi-Teil zum Ankleben. Aber den muss ich erstmal jetzt aufmachen. Ich muss mir nochmal so einen Fensterkratzer holen. Und diese Gubi-Zeug da wieder vom Fensterkriege. Okay. 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 und der nächste Scheint dunkle Schnabelneu zu sein, die Pilot hier Wollen wir das machen So Jetzt suchen wir euch mal eine schöne Zapfsäule aus Die auch leer ist Ja, zapft der nun oder zapft der nicht? Der So, bis später! Hier ist meine Ladung hier. Ich zeig euch die jetzt mal eben. Das ist so ein Mast für die Bahn. Also wo die Bahn unten drunter durchfährt. Und ja, der geht jetzt ab nach New York hoch. New York, New York. Also ist nur Aluminium, recht leicht. Noch eine Leiter an der Seite. Und ja, schauen wir mal jetzt. Trailer sieht okay aus, also ist doch wirklich recht leicht. Sieht schwer aus, aber... Also, bis später. Bye-bye. Moin Moin. Aus South Carolina. South Carolina. Ja, ich bin jetzt auf dem Truckstop noch. Und hab jetzt noch ein paar Pancakes in mich rein gestopft bei McDonalds. Muss jetzt noch tanken. Meine Pre-Trip-Inspection machen. Und dann kann ich losdüsen. Hab noch 853 Meilen insgesamt, also ganz easy. Für zwei Tage jetzt. Also ich werde ja spätestens, denke ich mal, Sonntagmittag da sein. Und... Ja. Sieht alles ganz gut aus vom Plan her. Kann mich nicht beschweren. Ja, gestern wollte ich eigentlich noch... Hat ich eigentlich noch ein Video gemacht. Aber... Da fehlen mir Videos, weil... Aus der Kamera. Aus der zweiten. Da sind irgendwie so... Da sind hier diese Schlitze hier. Und dann habe ich aufgedrückt. Um die ISD-Karte rauszumachen. Und dann ist ja da so eine Feder drin. Und dann... Wo die einrastet. Und dann drückt darauf. Und flitscht die mir raus. Irgendwo hin. Irgendwo da hinten hin. Ich habe gestern halt gesucht. Und halt hier auf dem Kopf gestillten. Ich habe die nicht mehr gefunden. Nächstes Mal mal aufpassen. Wenn ich hier... Aussauge. Wenn ich wieder zu Hause bin. Nächstes Mal. Aussauge. Äh... Denken kann ich nicht wegsaugen. Bis ich ja nicht mehr darauf war jetzt. Oh... Bestimmt irgendwelche Videos. Ja. 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 Auf jeden Fall. Äh... Werde ich gleich starten hier. Und dann bin ich davon unterwegs wieder. Es ist kalt in South Carolina. Es sind 0 Grad. Oh, ich dachte ich spinne gestern Abend. Auf jeden Fall so kalt. Ey. So kalt. Ich habe vorgestern Abend auf einem Fenster geschlafen. Ey und... Boah. Ist kalt. Und dann wird noch kälter. Bestimmt noch. Fuck. Aber... Aber schon meine Rückladung wieder von New York oben, wenn ich abgeladen habe. Dann bin ich nach Ohio rüber. Und lade dort. Und fahre dann zu den Keys runter. Nach Florida wieder. Da bin ich hier schön warm. Was das Problem ist. Flipside. Schlimme daran. Kommt da wieder nicht weg. Ohne halt. Viele Lärme anzufahren. Aber nein. Naja. Das ist wie das ist. Also. Erstmal so. Nur dazu. Das Labor ist jetzt nicht weiter voll. Und... Verschrauben ziehen. Die Straße. Die Bäume, die vorbeiziehen. Die Autos. Ja. Also. Bis denne. Tschüssi. Und Bye Bye. Virginia. Die Blue Ridge Mountains. Ja. Gestern noch unter Palmen. Und heute schon wieder. Naja. Naja. Man sieht's. Man sieht's ja. Also. Man sieht's ja. So. Dann werde ich jetzt mal kurz an den Walmart anhalten. 9. 9 miles. Weil das bietet sich an. Weil der ist direkt an der Autobahn. Also. Direkt an der Abfahrt. Braucht da nicht extra noch groß. Wenn wir irgendwelche. Städte rein fahren. Ich hoffe nur, dass der Grund noch ist. Weil hier im Norden. Werden hier immer ein bisschen kleiner die Parkplätze. Weil die durch die Berge halt nicht so viel Platz haben. Naja. Wer hat's sehen. Exit 2. Kurze Hosen rennen die hier rum. Ja. Schuss näher. Auf jeden Fall muss der Walmart ja hier irgendwie eine Lieferzone haben. Und spätestens da kann ich bestimmt auch kurz stehen bleiben. Mal gucken. Ich fahr jetzt mal hier hinter. Guck mir das mal hier an. No overnight truck parking. Das wollen wir ja nicht. Will ich ja nicht. Will ja nur. Nur was einkaufen. Will ja nur was einkaufen. Guck mal hier. Guck mal hier. Ich kann mal lang fahren. Fahr ich mal hier lang. Und bleibt dann hier am Rand stehen. Ich fahr mal da auf eine Ecke. Vielleicht ist da noch ein Packplatz für LKWs oder so. Einmal frei hier an der Seite kann ich da stehen bleiben. Ja. Joil. Wisst's ihr? So hier bleibe ich nicht stehen jetzt. Na dann, bis später. Moin Moin, Sonntag und Schnee. Lecker. Ach Gott, die fällt mir ja nicht. Aber naja, ist halt nichts zu ändern. Eigentlich müsste ich mein Reset machen, weil wir haben nur noch 12 Stunden, noch meine 70 Stunden Woche. Aber ich mache die nächste Woche und fahre diese Woche mit meinen Recap Hours. Wer ja wissen möchte, was die Recap Hours sind, kann ja mal in die Kommentare schreiben, also ob er das wissen möchte. Weil dann kann ich das nämlich im nächsten Video mal erklären, was Recap Hours sind. Und wie die zustande kommen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt Kaffee geholt, habe mich fertig gemacht. Ich hatte gestern keinen Bock auf meine Kaffeemaschine. Ich habe gestern ja noch gekocht und gebraten. und dann habe ich mir halt frühen Kaffee geholt. Oh, heiß, 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 heiß. Krass heißen Kaffee. Naja, auf jeden Fall, wenn ich jetzt losdüsen habe, noch 5 Stunden oder so und bin ich da in New York. Mal gucken, wie das Wetter ist da oben. oder jetzt auf dem Weg. Wie viel Schnee mich da erwartet. Oh mein Gott. Gestern oder so oder vorgestern hat einer gesagt, scheiße, Florida, ja, bloß weg da. Und jetzt sage ich wieder, oh mein Gott, Florida, bloß wieder zurück. Und wenn ich jetzt hier alle ziehe, ey. Bei Gottes Willen. Nee, nee. Proceed to the highlighted round. So, meine Logs war eben schnell unterschrieben. Und die Form. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? 4 Stunden 49. Wo bin ich denn? South of Morgentown. West Virginia. Ja, auf jeden Fall, werde ich... Ja, 4 Stunden und 5 Stunden da sein. 0.2 miles. Weil, wenn ich jetzt... Ich könnte jetzt meine Reset machen. Aber dann müsste ich bis heute, bis morgen früh um 4 oder so stehen bleiben und dann nachts losfahren. Also um 4 Uhr. Und ich weiß nicht, wie die Straßen jetzt sich entwickeln. Und da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. Und ich wäre dann halt wirklich wieder sehr am Zeitdruck. Und so habe ich halt meine Recap-Hours. Das sind genug. Und von daher passt das. So, dann nochmal so zur Info. Zur Sonntagsinfo. Ist übrigens Sonntag heute, ne? Bei uns gibt es kein Sonntagsfahrverbot. Der Horror. Und wir können überhaupt nichts schaffen. Und von daher wird jetzt gleich los. Tschüss. Bye, 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 bye. Und jetzt gehts wieder auf die Piste. Wir haben hier 167 Mal noch. Der Diesel kostet hier 3,75 Dollar die Galone. Ich dachte, ich spinne. Oh nein. Oh, da gehts ja nicht. Müssen wir ja. Der Tiger entzankt. Der muss ja da sein. Der muss ja da sein. Schauere Tiger. Das ist und das ist. Ich mag kein Schnee. Ich will kein Schnee. Ich bin Schnee doof, wenn man Auto fahren muss. Aber Gott sei Dank, die Autobahn ist frei. Ach guck, 164 Meilen. Oh ja, Parksensor, Parksensor. Bing, bing, bing. Na ja. So, fast geschafft. Ich bin jetzt in New York, am Eri See. Und hab noch 60 Meilen bis Buffalo. Ja, also fast geschafft. Wenn morgen ganz easy, noch ein paar Meilen fahren. Bei meinem Truck song ist, glaube ich, 20 Meilen vor meinem Kunden. Und ja, ganz gut gelaufen. Hier regnet's und Schnee und Schneeregen. Ja, ist eigentlich kalt. Einfach nur egelig. Aber gut. Geht ja dann wieder runter nach Florida, Gott sei Dank. Ah ja, bis hierhin mal ein paar Infos. Und später vielleicht mehr. Und da. Und da. In beiden. Ach ist das. Ja, alles. Ja, alles. Ja, alles. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, bin jetzt am Erisee in New York und wollte hier schon immer mal anhalten. Richtig Eisschollen auf dem Wasser. Ja, Wahnsinn. Jo, jo, jo. Wollen wir mal hier runter gehen, ans Wasser. Mal schon mal hier sind. Boah, kalt ist ein Arsch, kalt. Oh, nicht runter fallen. Wahnsinn. Wahnsinn, richtig flache Eisschicht hier. Steh auf dem Wasser. Yeah. Cool, oder? Da hinten, diese, weiß nicht, ob ihr die seht, diese Berge, die sind Wasserhalter, die hier vorne ist. Geile Sache. Erisee. Na ja. Ups. Cool. Cool, oder? Ja. So, dann werde ich jetzt mal ein bisschen weiter fahren, jetzt in meinem Truckstop und dann Feierabend für heute. Okay, also bis später, bye bye. So, wir fahren gerade ins Indianergebiet ein und dementsprechend sind natürlich auch die Preise hier sehr günstig. Und, ja, ich weiß nicht welchen Truckstopp ich jetzt nehme, wenn wir da neben hier. oder den Nächsten. Mal gucken, was der Nächste sagt, weil der ist schön asphaltiert hier, der ist nicht so dreckig. Ich denke, ich glaube der Nächste hier, der hier, der war nur Sand überall. Ne, der ist auch alles asphaltiert. Ja, hier habe ich schon mal gestanden. Hier habe ich schon mal gestanden. Aber ich glaube, ich fahre wieder zurück zu dem anderen. mal funktioniert ein bisschen weiter, ok. Ich hab das so lange. Danke. Ich hab das so lange aus. Wir haben das hier zurückziehen. Mal schauen, was ich ein bisschen mehr mit. Wir haben das hier zurückziehen. Wir haben das hier zurück. Wir haben es hier mit dem Platz. Ich bin nicht mehr so, sondern binücklich, aber es war jetzt hier. Wir haben es hier nicht mehr so lange. Wir haben es hier nicht mehr so lange noch. Das ist hier nicht mehr so. Ich kann es hier nicht mehr so lange. Stuttgart So, kackt die Wand an, ich fahre jetzt doch zu dem anderen Truckstop auf Duty, weil dieser Truckstop hier von Arsch ist. Weil die haben Außentoilette nur, also da hab ich keinen Bock drauf. Ich fahre jetzt hier schnell die halbe oder Viertelmeier runter auf Duty, dass meine Uhr nicht wieder anfängt zu zählen. Und dann, bei denen kenne ich, die haben wir wenigstens auch innen der Toilette. Also hier, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Parken ist zwar hier schöner, aber ich mag nicht so unbedingt die Außentoiletten. Verwöhner Sack halt, alter Sack. Naja, mit 45. Aber mit 45 wird alles besser, sagt man doch. War früher mit Deutschland auch so, oder? Naja, gleich da, mein Truckstop hier. Und mal gucken, ob ich da annehmbaren Keks bekomme, oder Plätzchen. Tim Hagen war ja schon mal Keks und Plätzchen. Indiana Truckstop. Kennt ihr ja schon, von vorhin bin ich hier schon mal raufgefahren. Und fahr jetzt wieder hier rauf. Oder rumpel hier rauf bei den Löchern, die hier alle sind. Alter Falter. So, machen wir mal den Laptop aufmachen. Und dann mal gucken, was hier an Internet zur Verfügung steht. Ob hier überhaupt. Naja, muss ich mal fragen, ob die vielleicht Internet da haben oder nicht haben. Werde mich jetzt da drüben reinstellen und gut ist. Dreh euch mal um. Oh, okay. Ich rauf. Dreh euch mal um. Dreh euch mal um. Dreh euch mal um. Dreh euch mal. Dreh euch mal um. Naja, dann stelle ich mich auch in den dreckeren Halt und dann ist es jetzt schon. Da passt eh nur noch jeder hin. Okay, WiFi ist available, ich muss bloß ein Passwort holen. Das machen wir doch mal, also bis später. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.